Sommer, Erntezeit, Mähzeit. Der Mähdrescher kommt und mit ihm der Tod für viele junge Rehe. Irgendwo im Getreidefeld liegen sie versteckt, nicht zu sehen von vorn oder von der Seite. Ihr Instinkt veranlasst sie sich abzuducken, nicht zu fliehen. Aus der Luft kann man sie sehen. Kleine Nester im Getreide und man kann sie retten vor den tödlichen Messern der Maschine. Field Scanning, Videoüberwachung des Getreidefeldes aus der Luft per Drohne. So haben die Kleinen eine Chance und der Bauer ein gutes Gewissen. Drohnenstudio checkt Getreidefelder vor dem Mähen zum Schutz der jungen Rehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017